Das ist ein Simulator, wo es Flugzeuge gibt, ist vielleicht nicht ganz so bekannt, ich weiß es nicht, hat schon viele Downloads, also ja, ich habe hier schon einigermaßen da, ich bin schon einigermaßen weit, ich bin schon vom Rang her, ich bin schon vom Rang her Kommandant, ja, ich bin hier schon, jetzt muss ich mir hier dieses Flugzeug leisten können, das Spezialflugzeug. Das hier, das kostet 2.500.000, so, das ist mein Problem, ich habe nur 884.103, so, geht los. Das hier, das kostet 3.500.000, so, geht los. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.